ja hallo und wieder herzlich willkommen zu die das es es hier hier gibt es das Was ist das denn, was passiert, wenn ich keinen Knopf drücke? Weiß ich nämlich nicht, was man schieren kann. Okay. Richtig. Hier rein. Hier auch. Jetzt muss ich wahrscheinlich eh wieder nachher die anderen Gegner nehmen. Oh, ich hab so keinen Bock, dass jetzt nachher wieder so ein versteckter Gang in der Wand ist, die schon immer nervend. Oh, was ist das denn hier? Oh, was ist das denn hier? Oh, was ist das denn hier? Flammen ist tausend hier. Jetzt komm, 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 stirb. Ja, stirb ja auch. Du auch. Du, Pinkelschnitz, du stirbst jetzt. Was ist denn hier irgendwas Tolles? Ja, Munition, super. Ah, stirb schon. Alles wieder rein wieder. Okay, Muni. Ah, da ist noch was. Ja, ja. Nichts hier öffnen, super. Hä? Das ist doch meine Treppe. Sinn. Das ist meine Treppe. So. Bringt nicht viel, oder? So was. Ey. Ist das ein Grafik? Obwohl, warte. Äh, was ist das denn? Ah, so ein Portal, das... Ah. Verarsch. What the? Verarsch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Lass mich raus. Lass mich raus. Was bist du? Lass mich raus. Lass mich raus. Ist das der Ausgang? Jetzt schon? Die wollen mich doch verarschen. Trau dem Ding nicht. Ja. Ah. Das war's. Das war's. Krass. Okay. Das war's. Das war's. Wegen. Oh, scheiße. Was ist denn? Was ist denn hier? Kann ich jetzt hier auf Bosse oder was? Über Bosse? Was ist jetzt? Was ist denn? Halt die Schnauze! Hä? Oh, ich soll es haben. Gib mir das alles. Wie wirialen in die Affe... Wie wirialen in die Affe? Wie wirialen in die Affe? Wieagoale in die Affe? Wie wirialen in die Affe? Wie wirialen in die Affe? Wieohu! WiesoS was denn denn so viele da sein? Wieso... Wieso sind denn das so viele da? What the fuck! Fick doch! doch was hier ist nix mehr hier ist keiner hier ist keiner fuck 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 seid ihr viele hier sind nur zwei aber ich hab keine Money mehr was bist du die Ketten sehr super ich brauch keine Richtigkeit ja ist nur einer da jetzt bist du so viel und schreib schon nur so wenig Leben okay was ist das denn für ein Ding der Wildschweinsoldat oder was was ist das ein Wildschwein ich speichere jetzt erstmal gut saved oh ne das ist doch ein Witz f***t euch nein ich geh wieder aus what the fuck wie viele sind denn das wenn hier irgendeine Waffe die die was taugt super die einzige Waffe die was taugt ist dir und wie glaub ich mir die Pusten keine Ärmer mehr ich brauch mir und für schießen zu wollen oh god da sind ja nur 4 und 6 oh das ist jetzt heftig das ist nur heftig das ist nur heftig komm sterb deine Hande sterb schon sterb schon sterb schon sterb schon sterb schon sterb schon sterb 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 f***dich 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 halt die Schnauze du hässliches Ding f***dich 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 Jetzt geht das wieder. Das ist typisch. Komm, stirb Jungs! Stürb! Komm auf, leben zu wollen. Was ist das? Oh Mann! Ich will keine hier rein. Ich weiß das da wohl. Jetzt habe ich keine Schlüssel für irgendwas. Juhu, komm, juhu. Oh, ich sehe schon kommen. Da ist jetzt bestimmt die Army of Darkness. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mir, was das ist. Okay, wir haben noch Zeit. Jetzt erst mal speichern. Okay, da ist der Rote drin. Okay. Das ist der Rote drin. Jo, okay. Oh, geschafft! 100, 100, 100! Das hatte ich auch noch nicht, ne? Geil! Okay. Wow. Das war... Oh, was ist das? Was ist das? Oh, Rocket Launcher. Ich habe gar nicht, das wäre Flammenwerfer. Das können die Läufe meiner Meinung nach ruhig kürzer werden. Okay, das Läufe war eigentlich cooler. Oh, ne, mit so wenig Muni, da haben wir noch keine Chance gegen sowas. Oh! Oh! Du! Du, maust die Kontrolle. Okay, ich habe meine Aromenschaft vorgeschaltet. Hast du schon mal was? Äh. Ich kann da nicht ohne Speicher, kann ich da nicht. Äh. Äh. Und da jetzt noch! Muni und dann, äh... Zählen wir noch auslaufen... Perspektiv. Please don't kill me! Please don't. Please. Please. Please don't kill me. Äh. Äh. Please don't kill me! Äh. Please don't kill me! Äh. Äh. Okay. Hey! Hey! Wo muss ich denn jetzt hin? Was denn jetzt? Oh, dieses Spiel, lass mich doch verarschen! Ich bin hier bestimmt wieder zurück. Ist hier nix oder was? Was ist das? Wo muss ich denn hin? Hier hin? Hier hin? Hier zurück oder was? Hä? Gib mir Antworten! Schmeichern! Fick den! Gib mir Antworten! Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, was ist das eigentlich auf dem Boden? Nach hinten oder was? Was soll das da gestanden? Ähm... Wo muss ich denn hin? Ah? Keine Ahnung. Ich will hier nicht rumlaufen. Ich hab keine Lust zu sterben an der Wand. Da hinten ist was, da ist was. Okay. Jetzt guck ich zuerst eröffnen. Und jetzt brauche ich wieder irgendeinen Schlüssel. Warte, das war. Oh nein 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 vielleicht bin ich der. Boah, das ist doch übertrieben, ne? Das ist doch ein bisschen übertrieben, ne? Ist dir manchmal ein Kicker-Spam? My chainsaw is back. My chainsaw is back. Du musst zwar nie verloren, aber my chainsaw is back. Okay, was ist das? Nichts Besonderes. Ich will da eigentlich gar nicht rein, ne? Mal wo es blinkt, oder? Ein Gegner, oder? Okay. Verwärmer. Vielleicht ist... Fuck, das war die Blöde! Ich sehe, dass ich niemals hatte. Fuck. Oder irgendwo. Lebensenergie. Oh nein, 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 nein. Ich kenne so Dinge. Die locken einen an und dann vergewaltigen sie einen nur. Ich denke, beide Dinge. Nichts Besonderes. Gut, nichts Besonderes. Bei dir könnte ich mir ruhig sein. Unheimlich ist das Spiel natürlich nicht, ne? Wenn das jemals nur an uns hier denkt... Das ist schon mal nichts, oder? Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nur... Das war heftig irgendwie, ne? Was ist das? Was war das? Was war das denn? Was war das denn? Verdammt, der Nebengeschuss. Ne? Verdammt, der Nebengeschuss. Wo ist denn so ein Spielchen? Gut. Nein, 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 nein. Das ist doch ein Witz. Wie kommen denn alle her? Mann! Wo kommen die denn alle her? Mann, Mann! Mach zu dem, der Bewegt... Nein, da hat sie mal... Mach zu dem, der Bewegt, ne? Da hat sie mal... Da hat sie mal... Bewegt, direkt hinter mir! Äh, 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 äh. Oh, oh. Oho. Hm, 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 hm. Ich bin bei Gegnerspam auf Doom. Ey. Was seid ihr denn eigentlich alles für Dreckstüge? Da sind nur zwei von den Ansichten. Die meinen, die können mir richtig schön hier nachhören. so der rechts hier der händler du sterben du sterben so das wird jetzt ein bisschen länger als wir irgendwie was ist so interessant da kann ich einfach nicht aufhören da kann ich einfach nicht aufhören ja kann ich nicht aufhören hier habe ich eine 3d-brille oder was gekommen oh also ich kann jetzt alles hier in den licht sehen oder was oh Leben 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 roter Schädel gut alle tot alle gestorben alle gestorben alle gestorben ja scheiße wie das ist das ist verstanden ich fand ihn gut eigentlich nicht mehr so ja gibt's hier was feines gibt's hier wieder aber ich glaube ich würde mal jetzt an der Stelle hier aufhören jetzt an dieser Stelle werde ich nochmal speichern dann sind wir beim nächsten Mal wieder hier und bis dahin sag ich wieder ciao und bis auf wiedersehen ja auf wiedersehen ciao tschüss